Heute geht es um Anime.js, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Anime.js und ja, damit werden wir einiges animieren bzw. uns mal ein paar kleinere Features angucken. Im Prinzip ist dieses Video ein Überblick und kein wirkliches Tutorial sozusagen, sondern wir gucken uns an, was können wir damit machen, wie ist der grobe Aufbau und welche Vorteile bietet es uns. Viele von euch werden sich jetzt fragen, okay, warum soll ich jetzt ein JavaScript-Framework für die Animation nutzen, wenn ich mit CSS auch animieren kann und das leichter. Das hat zwei, ja, im Prinzip zwei Gründe. Nummer eins, wenn man mit JavaScript animiert, ist das Ganze deutlich besser kontrollierbar. Was heißt, bei vielen JavaScript-Animations-Frameworks kann ich sagen, stopp. Was heißt, ich kann mitten in einer Animation einfach aufhören, das ganze Ding stoppen in der Position, wo es gerade ist, das Ganze zurückdrehen, wieder ausstarten oder beispielsweise durchführen und wieder zurückführen, wenn ich das nächste Mal da drüber gehe. Solche gezielten Kontrollen mehr oder weniger sind sehr schwer umsetzbar mit CSS, außer ich setze dann in dem Moment auch wieder auf JavaScript, um die CSS-Animation mit Klassen etwas zu steuern. Aber das Ganze ist, wie gesagt, nicht so einfach umsetzbar und diese Funktion bietet Anime.js ziemlich simpel. Und das zweite ist, es ist besser skalierbar. Was heißt, ich kann mit CSS auch skalierbare Animationen machen, aber wenn man zum Beispiel so etwas hat, man hat drei Elemente, die sollen nacheinander sich einblenden, dann kann ich das mit CSS machen, indem ich einfach den ziemlich bekannten Animation-Delay gebe und sage ich 100 Millisekunden, 200 Millisekunden, 300 Millisekunden und diese drei Elemente werden dann nacheinander gestartet. Das Problem ist, was passiert, wenn ich vier, fünf, sechs oder hundert Elemente habe, die nacheinander eingefadet werden sollen. Dann müsste ich entweder wieder auf JavaScript zurückfallen, um dann zu sagen, okay, eine Funktion, gib mir alle Elemente, gebe jedem Element einen etwas höheren Delay und dann würde es auch mit CSS funktionieren. Aber ich bin dann wieder bei JavaScript und das Ganze bietet praktisch Anime.js oder andere Frameworks bieten das von Haus aus schon mit. Viele Frameworks sind allerdings bei JavaScript nicht wirklich performant und haben relativ schnell Probleme zu skalieren oder fordern viel Performance oder sind sehr groß. Diese beiden Probleme hat Anime.js zum Glück nicht und ich hätte schon viel früher etwas damit machen sollen, weil es wirklich, wirklich cool ist. Deswegen werden wir uns das heute ansehen und wie immer, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Kommt vorbei, joint den Community-Server, schreibt mit der Community, tauscht euch aus, stellt Fragen oder was auch immer ihr schreiben möchtet. Ansonsten legen wir direkt los, also auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Wie ihr seht, geht es heute um Animation und zwar um dieses Framework Anime.js. Grundsätzlich bezeichnet es sich selbst als JavaScript-Animations-Engine und wenn man auf die Dokumentation geht, versteht man auch warum. Hier kann man sich alles ansehen, was ihr euch erhofft. Ihr könnt hier einfach mal durchscrollen und euch die ganzen verschiedenen Features ansehen. Wir werden uns heute aber grundsätzlich auch einfach mal einige der wichtigsten Sachen ansehen, wie zum Beispiel dieses Play funktioniert und warum hier unten so etwas einfach nur absolut Cooles. Grundsätzlich legen wir jetzt direkt los. Ihr seht hier, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet und zwar einmal eine HTML-Datei mit ein bisschen HTML, einmal ein Button, das ist dieser große orangenen Button hier oben und dann ein großes Element, was drei kleine Elemente umfasst und diese kleinen Würfel hier haben jeweils Element und dann E1, E2 und E3. Das Ganze habe ich dann ein bisschen gestylt, dass es halt so aussieht. Mehr machen wir damit nicht, deswegen klicke ich das auch direkt weg. Das brauchen wir nämlich heute nicht mehr. Heute geht es um JavaScript und hier habe ich einmal Anime.js importiert mit JavaScript, ES6 und Babel. Wie das Ganze funktioniert, wie diese Entwicklungsumgebung funktioniert, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das einfach durchmachen, dann sollte das alles kein Problem sein. Das nächste, was wir machen, ist hier, wir definieren einen Button. Dieser Button ist einfach nur dieser Button hier oben, da lege ich einen Event-Listener drauf, dass diese Funktion gestartet wird, immer wenn ich auf diesen Button drücke. Grundsätzlich mehr mache ich hier nicht und wir legen jetzt auch direkt los mit Anime.js. Was heißt, was ist das Wichtigste bei so einem Framework? Wie definiere ich eine Animation? Und das geht ganz einfach. Und zwar schreibe ich einfach nur Anime, fertig, das ist es. Noch nicht ganz theoretisch, weil ich muss hier noch eine geschweifte Klammer einfügen, wo dann die ganzen Attribute reinkommen. Und, ganz wichtig, und fehlt ein Semikolon. Danke, Ette. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen hier Targets, Targets, so. Und sagen hier Punkt Element. Was heißt, ich kann direkt in Anime.js beispielsweise mit CSS-Selektoren arbeiten und alle diese drei kleinen Würfel hier ansprechen. Das nächste, was wir sagen, wir möchten jetzt nicht nur einen kleinen Würfel ansprechen, sondern wir wollen irgendetwas damit machen. Beispielsweise wollen wir jetzt einfach dafür sorgen, dass wir mit TranslateX 200 diese Würfel animieren. In dem Moment, wo ich jetzt abspeichere und sich das abspeichert, seht ihr schon, dass das Ganze animiert wurde. Wenn ich jetzt hier 250 eingebe, dann scrollen sie einfach ein Stück weiter. Das ist im Prinzip eine Animationsfunktion. Aber man möchte ja nicht, dass sie immer gestartet werden, in dem Moment, wo ich Enter drücke. Das könnte ich auch mit CSS machen, das wäre nicht wirklich das Problem. Sondern ich möchte es irgendwie kontrollieren. Und deswegen sage ich jetzt hier Komma. Und zwar sage Auto Play und dann sage ich hier False. In dem Moment, wo ich das jetzt habe, startet es nicht mehr automatisch. Das Problem ist aber immer noch, ich habe hier ein Objekt, das kann ich nicht richtig ansprechen, weil ich habe hier später nicht nur ein Animationsobjekt, sondern vielleicht 50 oder so. Was heißt, ich sage jetzt hier einfach Let und dann sage ich Animation und sage gleich Animier. Was heißt, ich habe jetzt ein neues Objekt erschaffen. Dieses heißt Animation. Damit kann ich arbeiten. Was heißt, in dem Moment, wo ich das jetzt hier oben reinkopiere, ups, nein, das wollte ich nicht, sondern ich wollte Animation hier reinkopieren und sage Punkt Play. Mache ein Semikolon dahinter, speichere das Ganze ab, drücke hier oben auf Animieren, wird das Ganze abgespielt. Was heißt, ich kann das jetzt schon mal steuern. Ich kann mit Play, Stop, Pause und so weiter steuern, was meine Animation gerade macht. Aber was genau steckt hier drin? Was unterscheidet das von anderen JavaScript-Objekten? Deswegen sage ich jetzt mal Console.log, fügt dieses Objekt hier ein, Semikola nicht vergessen, das Ganze aktualisiert und ihr seht, hier unten wird schon ein wunderbarer String ausgegeben. Und zwar eine Sammlung von jede Menge Attributen, sowas wie zum Beispiel Autoplay ist standardmäßig true, haben wir hier auf False gesetzt. Deswegen steht hier False. Wir haben hier aber auch andere Werte, wie zum Beispiel einfach Promises oder besser gesagt, ja, Sachen wie Completed ist False. Also es ist einfach noch nicht fertig. Man sieht hier den Progress. Was heißt, der ist gerade auf 0, wenn ich jetzt auf Animieren drücke. Müsste es eigentlich theoretisch dann auf 100 gehen, aber es wird ja nicht neu geladen, weil ich ja nur hier oben die Animation neu lade. Dann würde ich hier 100 stehen. Was heißt, ich kann ganz genau steuern, wie weit sich die Animation gerade bewegt hat. Das ist zum Beispiel das, was man mit diesem kleinen Slider hier macht, indem man eine Update-Funktion nutzt, indem man im Prinzip den Progress-Wert der Animation beeinflusst. Das ist dieser Wert, den wir hier beeinflussen können. Wir können auch hier sagen Restart oder wir können das Ganze loopen lassen oder wir können ein Delay oder die Current Time oder irgendetwas damit machen. Ihr seht, man hat eine ganze Menge Möglichkeiten. Aber, naja, das ist jetzt noch nicht so wirklich spannend. Was heißt, ich habe jetzt hier einfach nur etwas von links nach rechts bewegt. Ihr könnt natürlich hier alles einsetzen, was ihr möchtet. Grundsätzlich, wenn man hier oben auf Properties geht, hat man einmal CSS, was heißt, man hat Left, Background, Color, Border-Radius, was auch immer man hier möchte. Man hat CSS Transform, das ist zum Beispiel Translate X, Rotate, Scale und so weiter. Man hat aber auch Objekte, wie zum Beispiel hier Zahlen, die hochscrollen können. Man hat auch DOM-Attribute, wie beispielsweise hier drin ein Input-Feld, das man hochskalieren kann. Was heißt, man skaliert hier drin das richtige Value des Inputs-Feld. Und man hat natürlich SVGs, was wir in dem vergangenen Video schon gemacht haben, das Video ist unten in der Videobeschreibung, wo man einfach direkt die Points beziehungsweise die Paths von bestimmten Elementen verändern kann. Was heißt, wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten und können so gut wie alles animieren. Aber irgendwie, naja, wie genau kann ich ihn jetzt abgreifen, ob das ganze Ding fertig ist? Das ist sehr einfach und zwar so wie in fast jeder Library. Ich kann jetzt hier einfach sagen, Completed, nee, Complete, so, und sage Function. Und dann sage ich jetzt hier einfach, der Wert der Funktion soll übertragen werden. Und hier unten sage ich jetzt einfach nur, oder beziehungsweise ich kopiere mir das jetzt einfach frecherweise, wie ich bin von meinem zweiten Monitor. Speichere das Ganze ab in dem Moment, wo das hier fertig ist. Was heißt, wenn ich das jetzt starte, poppt hier unten auf, es ist ein True-Wert. Was heißt, es ist wirklich abgeschlossen. Es ist fertig. Ich könnte jetzt beispielsweise hier drin wieder dafür sorgen, dass das Ganze zurückfällt oder sich eine neue Animation startet und so weiter. Aber das Ganze ist, wie gesagt, noch nicht das, was so richtig cool ist. Sondern das, was so richtig cool ist, zeige ich jetzt. Und zwar haben wir hier eine Animation. Aber eine Animation von einem Objekt ist irgendwie ein bisschen langweilig. Man kann ja auch viel coolere Animationen machen mit vielen Objekten. Und das Ganze machen wir jetzt. Und zwar sagen wir hier Anime Punkt. Und dann sagen wir Timeline. Das heißt, wir können mit Anime direkt eine komplette Timeline definieren. Und hier drin können wir zum Beispiel sagen Autoplay. Definieren wir wieder als False. Weil wir wollen einfach nicht, dass es automatisch startet. Weil dafür habe ich hier oben diesen Button. Das nächste, was wir machen, wir sagen, Animationen soll ein bisschen was bekommen. Und zwar sogenannte, also wir adden einfach nur Objekte mit dem Add-Operator. Und zwar als erstes das erste Viereck. Hier unten dann das zweite Viereck. Hier das dritte Viereck. Das Ganze kann man natürlich auch ohne Probleme mit einer Vorschleife automatisieren. Und hier, wenn das 100 Elemente sind, 100 Elemente hinzufügen. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier auf Animieren drücke, dann seht ihr, die werden nacheinander gestartet. Wenn die erste durch ist, dann kommt die zweite, dann kommt die dritte. Das ist vielleicht nicht das, was man irgendwie immer haben möchte. Deswegen kann ich jetzt hier sagen Offset 0. Und das Ganze kann nicht sonderlich viel. Das heißt, in dem Moment, wo ich das hier überall einkopiere und starte und hier auf drücke, dann werden alle gleichzeitig gestartet. Oder ich möchte halt nicht, dass alle gleichzeitig gestartet werden. Und sage jetzt, okay, diese beiden sollen nicht gleichzeitig gestartet werden, sondern unterschiedlich schnell. Das heißt, so hat man einfach einen ganz normalen Offset, einen Delay. Aber das Ganze ist jetzt schon netter. Damit kann man schon ganz witzige Sachen machen. Aber kann das auch, kann man verschiedene Punkte wie Keyframe-Animationen beispielsweise einbauen, die ich ja in CSS auch habe. Wo ich sagen kann, bei einer Anime-Funktion in CSS sage ich ja, bei 20% soll das und das passieren, bei 30% das und so weiter. Kein Problem, können wir auch. Und zwar kann man jetzt hier einfach sagen, ich möchte jetzt hier eine eckige Klammer. Sage jetzt hier drin 250 ist das Maximum. Davor sage ich Value. So, was heißt, in dem Moment, wo ich das so geschrieben habe und beispielsweise die Gesamtzeit der Animation 1000 Millisekunden beträgt, dann würde diese Animation 1000 Millisekunden brauchen. Wenn ich jetzt hier einen zweiten Wert mache, wie zum Beispiel Komma Value 40, dann würde es in 500 Millisekunden zu der Position 250 gehen und in den weiteren 500 Millisekunden zurück auf die Position 40. Das gucken wir uns jetzt mal an, indem ich das Ganze abspeichere und starte. Und ihr seht, es ist erst nach vorne und dann nach hinten in derselben Zeit, wie die anderen komplett nach vorne sind. Wie viele Punkte ihr hier reinmacht, ist ganz egal. Ist eure Sache, könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ist im Prinzip auch ziemlich einfach, damit richtig coole Sachen zu machen. Zum Beispiel, der soll jetzt so nach hinten rutschen. Der hier soll jetzt mal nicht sowas hier machen, sondern wir sagen jetzt Rotate und sagen hier beispielsweise, keine Ahnung, 90 oder wir sagen einfach mal, der Ganze sollte sich mal um 650 Degree drehen in der Zeit. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dreht er sich einfach einmal extrem schnell und bleibt dann stehen. Sieht ein bisschen dumm aus, aber geht hier auch nur um anschauliche Zwecke. Im Prinzip ist das AnimeJS. Es ist nicht wirklich schwer. Die Dokumentation gehört zu den besten, die ich je gesehen habe. Also es ist wirklich witzig. Einfach einmal hier durchscrollen und nach 20 Minuten spätestens hat man verstanden, wie die Library funktioniert. Und dann sind euch im Prinzip nur noch die Grenzen eurer Fantasie gesetzt, was ihr damit umsetzen könnt. Wenn ihr gerne mal richtig aufwendige Interface-Animationen habt, wie zum Beispiel ich damit richtig coole Buttons animieren kann oder irgendwelche Micro-Interactions, also was wir schon mal gebaut haben, wie sich so ein Formular beispielsweise entfaltet oder irgendetwas in diese Richtung. Würde ich gerne machen. Schreibt es unten in die Videokommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Twitter, Facebook, Instagram, Discord und so weiter. Schaut vorbei, stellt eure Fragen, gebt Feedback und ich werde versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch Links zu verschiedenen Affiliate-Partnern wie Amazon, wo ich etwas Geld bekomme, wenn ihr etwas kauft. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel explizit unterstützen möchtet und einige kleine Vorteile haben wollt, wie einen besonderen Rang auf Discord und einen gezielten Unterstützerbereich auf Discord, dann schaut unten auf dem Patron, auf der Patron-Seite vorbei und unterstützt diesen Channel mit etwas, mit dem Euro-Monat oder was auch immer. Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao.